Seiten die die Welt nicht braucht. Herzlich Willkommen in Seiten die die Welt nicht braucht Folge 9. Heute habe ich was schönes für euch herausgesucht. Wie immer eine Seite die ich jeden Tag wenn ich aufstehe besuchen möchte. Die Seite heißt gorgiorgi.com Schauen wir das an. Yeah. Yeah. Gute Laune. Jeden Morgen möchte diese Seite besuchen. Ja. 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 Ich bin gut gelaunt. Ich kann jetzt tanzen. So was soll ich noch dazu sagen. Ist eine Seite die auf jeden Fall gute Laune verbreitet. So ich lasse wie immer Link unter die Beschreibung. Ihr könnt auch die Seiten besuchen. Ja. Bis zum nächsten Mal. A.b. A.b. Untertitelung des ZDF für funk, 2017